Was denn? Vielleicht solltest du auch mal nach vorne schauen. Nun, wir wollen, dass ihr beide einen Auftrag für uns erledigt. Ein Kronzeuger der Regierung ist zur Zeit in der Stadt. Dieser Mann kann unsere Organisation mit einigen Personen in Verbindung bringen, von denen wir nicht möchten, dass diese bekannt werden. Das war kein normaler Wort. Das war wie eine Hinrichtung. Zu meiner großen Enttäuschung muss ich sagen, dass sie beide auf ganzer Linie versagt haben. Ja, ja, wer hier versagt hat, ist wohl klar. Wir jedenfalls nicht. Ist das Deko? Wir sind nicht darüber erfreut, wie sich die Lage entwickelt. Look man, don't blame me for this shit, alright? I'm doing what I can. Das ist eindeutig zu wenig, Signor Lu. Irgendjemand will euch tot sehen und benutzt den Bananenbieger vom Staat dazu, die Drecksarbeit zu machen. Ich frage mich nur, woher die wussten, dass ich in Paris bin. Kann ich reinkommen? Nein. Okay, danke. Ich brauche ein paar Informationen. Du schuldest mir noch was. Soll ich dir vielleicht noch was zum Essen kochen? Ah, nicht nötig. Bestell eine Pizza oder irgendwas von Chinesen. Diesen freien Zackenfraß. Lass das. Wenn das Bullen sind, dann sollten wir so schnell wie möglich uns vom Acker machen. Ich brauche das.